Da wären wir. Siebter Stock. Ich sollte uns schauen, ob ich alles dabei hab. Hm, okay. Muss ich warten, bis der Fahrstuhl wieder bereit ist? Ach, jetzt hab ich mein Handy unten liegen gelassen. Ohne Handy keine Fotos. Also nochmal runter zum Auto. Ach du Scheiße! Fuck! Fuck! Ich muss... Wo ist der Feueralarm? Wollt ihr mich verarschen? Der ist nicht angeschlossen. Okay, ich muss... Ich muss mich beruhigen. Wie komm ich hier raus? Okay, ich muss mich verarschen. Ein Schraubenzieher... Äh, ein Schraubendreher. Der könnte praktisch sein. Ein Sicherungskasten. Sieht verschlossen aus. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Acht. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Acht. Acht. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Acht. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Acht. Ein Kasten für irgendwas mit Strom. Sieht fest verschlossen aus. Eine Wohnungstür. Theoretisch bin ich autorisiert. Ein geschnitztes Pferd. Ein Aschenbecher mit einer angefangenen Zigarette. Das ist gar kein Holz. Wie kann es... Der restliche Kram ist nutzlos. Wie wäre so Holz? Ob die Bausteine einen Sinn ergeben? Äh, was ist das denn? Entschuld... Tape. Nehme ich mal mit. Vielleicht nützlich. Es liegt eine... Es liegt eine Zahnbürste drin und... Verdammte Scheiße. Was geht hier vor sich? Verschlossen. Auf dem Boden sind diverse alte Zeitungsausschnitte. Eine Wohnungstür. Ja, das sieht man hier ja deutlich. Das ist... Ah. Eine Küchenspüle mit rechten Sachen. Eine alte Mikrowelle? Ein... Ein Küchentisch mit Zeitungen und Küchensachen. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. Acht. Eine 2. Besteck für zwei Personen. Ein... Besteck... Ein... Ein Küchentisch mit Zeitungen und Küchensachen. Wie kann... Der restliche Kram ist nutzlos. Das sind eigentlich ganz schöne Sachen. Kann aber nichts davon gebrauchen. Ein Loch, was in die Wand gerissen wurde. Das Loch sieht aus, als wäre etwas von außen durchgesprungen. Eine Wohnung... Die bekommen... Was geht hier vor sich? Plunder. Ein Kasten für irgendwas mit Strom. Sieht fest verschlossen aus. Zittert ihr Lehrling immer so? Elektriker... Ist nur eine Phase. Nägel... Pappkarton... Und mehr Kram. Das kriegt man nicht mehr ab. Die... Eine Wohnungstür. Sieht nach frischem Bauschutt aus. Acht. Zwei. Acht. Zwei. Okay, das war falsch. Das ist Haut. Das ist Haut. Wer macht denn so eine kranke Scheiße. Plunder. Wie kann es sein, dass die Kerze brennt? Ist doch jemand mehr. Oder? Ein dreckiges Waschbecken. Es liegt... Ein dreckiges Waschbecken. Einfach... Eine alte Mikrowelle? Das ist nur dreckiges Zeug. Das ist nur dreckiges... Teller, Töpfe und Verpackungsreste? Die bekomme ich nicht auf. Sieht alles eingetrocknet aus. Ohne Werkzeug werde ich die Tür nicht öffnen können. Auf dem Boden sind diverse alte Zeitungsausschnitte. Wirtschaftskrise naht. Ja, das sieht man hier ja deutlich. Die Schrank... Oh verdammt, jetzt ist der Schraubenzieher kaputt gegangen. Acht. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Nur für autorisiertes Personal. Töre ist aber abgeschlossen. Verdammt. Die hat mir eine Wohnungstür. Die hat mir eine Wohnungstür. Eine Wohnungstür. Nur theoretisch bin ich autorisiert. Eine Wohnungstür. Die bekomme ich nicht auf. Die print mit 1, 2, 8, 6, 8, 8, 6, Okay, das war falsch. 0, 6, 2, 1, 8, 6, 2, 1, 8, 6, 1, 9, 9, 10 war falsch. 8, 6, 1, 2. Okay, das war falsch. 8, 6, 2, 1. Ah, richtig. Viele Kästen, vermutlich Strom. Ich habe keine Ahnung, was diese Kästen machen. Ich sollte die Finger davon lassen. Ich habe keine Ahnung, was diese Kästen machen. Ich habe keine Ahnung, was diese Kästen machen.